Access Granted Was geht Chat, holy shit man, was geht ab man, ey, 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 krasse viele hier schon seit, holy shit man, wie geil Wie geil, ey, ähm, nochmal fettes, fettes Dankeschön Leute für das Event gestern, es war wirklich insane wild, holy shit war das gestern geil Warum ist Jew live, aber du bist da auch live Was sagt ihr gerade, was ist, du bist noch mit Jew gekoppelt Oh mein Gott, halt's Maul, ihr verarscht mich, ihr verarscht mich, ihr verarscht mich Oh mein Gott, oh mein Gott, was Oh mein Gott, ich hab den Kanal von, ich hab den Kanal von Jew gehijackt, als ob Hä, ich bin einfach bei Jew auf dem Kanal live, hä, wie geil Ich hab den gehackt, ich hab Julia de Bam gehackt Wartet, 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 das nutzen wir jetzt, das nutzen wir jetzt Tobi, komm mal schnell runter, komm mal schnell runter Ich bin bei Jew noch auf dem Kanal wegen so nem Tool von gestern Ach, wegen Restream, wir können jetzt alles machen, ne Ich kann ja, ich hab nicht mal Modrechte hier Aber das Ding ist, ich kann jetzt in Jew streamen machen, was ich will Ich hab seinen Kanal gehijackt Du hast den gehackt, du hast Realtalk, Jew seinen Kanal gehackt Digga, holy, guck mal, ich bin bei Julian, bam, auf dem Kanal, einfach live Kann den nicht bannen, weil wenn ich Jew bannen lasse, werde ich ja auch gebannen, weil ich ja bei mir live Außer lass ich doch Jew nicht bannen, what, weiß ich nicht, warte, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee, okay, wie mach ich das, wie mach ich das Ich bin Hacker, ich hab Julian Bam gehackt Ich hab Julian Bam gehackt, Leute Ich hab Julian Bam gehackt, ich bin, ich hab einfach Julian Oh mein Gott, oh mein Gott Wie kann es dazu kommen? Was können wir jetzt machen? Ich krieg ja das Geld von Jews Kanal nicht Was machen wir jetzt, Chat? Was mach ich jetzt? Guck mal, ich bin richtiger Hacker jetzt, Alter Ich bin richtiger Hacker Ich bin richtiger Hacker Ja, Leute, ihr habt euch hier immer wieder gefragt, wann wieder Uploads auf Julian Bam kommen Das dauert wohl noch ein bisschen Die Uploads bei Julian Bam werden leider noch ein bisschen brauchen Warte Ich mach's noch dümmer Der Kanal Julian Bam wurde offiziell übernommen Wir haben den Kanal Wir haben den Kanal von Julian Bam übernommen Ich muss Jew kurz FaceTime Mach mal Kannst du ein Schild ausdrucken? Oh mein Gott, Chat Wir machen Jew jetzt ein krankes Sub-Goal voll What the f*** Das machen wir, das machen wir Ich kann ihn nicht, ich muss Moment Alle Leute bei Julian Bam Ausrufezeichen Prime In Julian Bams Chat Abonniert jetzt Julian Bam Folgt Julian Bam auf Twitch Oh mein Gott, Jew hat mir grad geschrieben Julian Bam Arbeite Dein Kanal wurde übernommen Dein Twitch-Kanal wurde übernommen Bist du bei mir live oder was? Kleiner Bastard Hallo Ich animier doch grad alle Leute, dass die bei dir reinzummen sollen Und wir machen die grad die 500.000 Follower Soll ich weitermachen? Ich glaub das Ja Die Leute subben wirklich rein Und vor allen Dingen Geht hin und macht die 500.000 Follower voll What the f*** Ganz wichtig hier Subt alle bei Julian Bam Ganz wichtig Das Was ist denn der dahinter? Siehst du? Ich mach Content für dich, Digga Ich mach Content Ich hab mich einfach gehackt Guck mal, du hast sogar einen Hypetrain Du hast einen Hypetrain Du hast einen Hypetrain Da Du hast einfach einen Hypetrain, Junge Wie geil An mein Chat, an mein Chat Mach den Hypetrain jetzt bei Jew voll Mach den Hypetrain hier bei Jew voll Wir fahren den Hypetrain jetzt bis nach vorne Wir fahren den Hypetrain bis nach vorne Das kann ich jetzt offen sagen Hier ist es Zeigst du mal die Kamera Ausrufezeichen Prime Ausrufezeichen Prime Mach den Hypetrain voll Junge, wie geil Ich mach einfach Content Ich bin jetzt der Ich bin jetzt Streamer für dich Du hast 5K Viewer Ich bin fertig Ich hab einfach durchgespielt, Twitch Digga, ich spiele jetzt einfach auf deinem Kanal Und auf meinem gleichzeitig Was soll ich heute noch machen? Tobi macht echt einen guten Job dahin Tobi ist richtig gut Siehst du den Pickel hier, den ich bekommen hab? Über Nacht Alter, ich auch Guck mal hier Hä? Wieso haben wir gleichzeitig einen Pickel bekommen? Wir haben doch unsere Gesichter aneinander gerieben Ey, der Hypetrain bei Jew muss wirklich voll werden Also Leute, das Haus von Jew bezahlt sich nicht von alleine Digga, du hast gerade einfach mehr Viewer als ich Junge, Junge, einfach Wirklich, Junge, wirklich Wirklich Dein Hypetrain Level 2 Guck, Level 2 Geil Okay, wie viele Follower haben wir? Wir müssen die Follower hochbekommen Chat Wir müssen daran irgendwas machen Wir müssen jetzt auf 500K-Follower kommen Guck mal, ich bin, ich bin so Ich bin so ein Wie heißt das? Ethischer Hacker Ich bin so ein Hacker mit Ehre und Anstand Weißt du, was ich meine? Digga Kiki Z Dankeschön für die 1000 Bits bei Julian Bam Kannst du heute 24 Stunden Livestream machen? Ne, das schaffe ich nicht Solange Ich bin immer nach 72 Minuten Bin ich, äh, bin ich offline Ey, wenn ich auch deine Insta-Stories machen soll Und so weiter und so fort Sag mir Bescheid, ne? Ich mach das für einen Zehner im Monat Das ist kein Problem Ich kann Ich mach einen Squat-Stream Ich mach einen Squat-Stream mit mir selber Ich kann einen Squat-Stream mit Nein Kannst du den Squat-Stream annehmen? Ey, wir supporten dich einfach Das ist, das ist Twitch-Liebe Hauptsache, Jew hat mehr Viewer als, äh, Revi Ja, aber Jew macht ja auch actually vernünftigen Content Im Gegensatz zu mir Alter, okay Ja, Twitch, Twitch schreibt Echt jetzt? Was haben die gefragt? Ob das cool ist jetzt für mich so, ja? Und ist cool für dich? Ja, Revi macht gerade meinen Hype-Trade Mehr Viewer als sonst Digga Ich mach, ich mach, ich mach einen Strudel Ich mach einen Strudel Ich mach einen Revi-Strudel Warte Achtung, Jew, schau auf deinen Stream Revi-Strudel 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 auf Julien Bam Revi-Strudel auf Julien Bam Revi-Strudel einfach Junge, Hypnose Ich hypnotisiere die Leute Ey, Level 5 Hype-Chain Ah Cupcake-Ban Dankeschön für die 5 Gifted Subs Ey, wir haben gleich Ein Level 5 Hype-Chain bei dir Durchdünge Junge 5000 Viewer Guck mal Du bist jetzt gleich Ein halbes Nulles Live, glaube ich Absolut Absolut Gut Am Endeffekt Im Endeffekt Können wir uns Die Einnahmen ja teilen, oder? Die Einnahmen können wir uns ja teilen Digga Ja, es ist geil Es ist so geil Kombiniert haben wir gerade richtig viele Zuschauer 10.000 Viewer haben wir gerade zusammen Aus dem Nichts, Digga Okay, ich mache noch eine Minute Und dann muss ich gucken, wie ich hier rauskomme bei dir Actually Tobi Hältst du das Schild noch? Ja, ne? Ja, ich halte Okay Wir lassen dir noch ablaufen den Hype-Chain Dann gucken wir, wie viele Subs du gemacht hast Und dann kannst du ganz entspannt deinen Abend genießen Weißt du, was ich meine? Würdest du mich hosten dann auch? Digga, das ist einfach Ich kündige meinen eigenen Raid auf mich selber an Guck mal, Digga Kiki, siehne, 05 geht, das Habs Junge, wie Ehre Ju, so einen Stream gab es noch nie auf Twitch Einfach, weil wir zu dumm sind, Technik zu nutzen 150% Hype-Chain Level 5 Alter, und das hast du dir einfach verdient, Ju Weil harte Arbeit always pays off Du hast hier 4.000 5.000 Zuschauer hast du, Ju Und das innerhalb von 20 Minuten Das ist stark Du hast es dir verdient Du hast es dir verdient, Junge Du hast es dir verdient 169% Lauerloss, Digga Dankeschön Sogar meine Community donatet bei dir mit Wie geil 170% Hype-Chain Okay, wir schauen, wie viele Subs es insgesamt gewesen sind Hype-Chain-Success Wir schauen rein Komm, zeig mir, zeig mir, zeig mir 140 Subs hast du gemacht Du hast 140 Subs und 5.000 Bits gemacht Okay, Digga Stark, 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 stark Wir checken nochmal schnell deine Follower, Ju Mal gucken, wie viele Follower du gegaint hast So, Leute Jetzt geht mal rüber zu Redi Wir lassen auf jeden Fall einen fetten Raid bei Revi da Dankeschön für den Stream Es war mega, mega geil Lasst auf jeden Fall gerne einen Follower bei Revi auch da So verwirrend So verwirrend Alle rüber zu Revi in den Hype-Chain, Digga Es war ein saugeiler Stream bei Julien Bam Ich drücke jetzt hier oben auf Disconnect Da müsste es noch gehen, oder? Ja, einfach, einfach Das ist einfach Promo-Hand in Hand Das ist einfach, einfach mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017